Hallo bei Testen mit Kopf. Auf der IFA 2022 in Berlin war bei Bosch einiges los, auch wegen dem neuen Bosch Unlimited 7 Pro Hygienic Aqua. Dabei handelt es sich um einen Akkusauger mit Wischfunktion, der sich vor allem durch sein hohes Maß an Beweglichkeit und Gelenkigkeit auszeichnet. Er hat eine Knickfunktion, um so auch ganz einfach unter Möbel reinigen zu können, was ihn von etlichen anderen Wischsaugern unterscheidet. Außerdem hat die Dynamik Aqua-Düse ein flexibles Gelenk, das eine 180 Grad Rotation ermöglicht. Sein Wassertank fasst 250 Milliliter und an der Unterseite des Bodenaufsatzes befinden sich hinter dem Saugkanal zwei rotierende Wischpads. Auf den Markt kommen soll das Gerät im Frühjahr 2023 zu einem voraussichtlichen Preis von knapp 700 Euro. Soll nur gesaugt und nicht gewischt werden, ist die All-Floor-Dynamik-Powerdüse die richtige Wahl. Durch die LEDs an der Vorderseite erkennt man Schmutz und Staub auf dem Boden besonders gut. Diese Bodendüse hat ein spezielles Design, wodurch die Luft kanalisiert wird und der Schmutz auch entlang von Kanten und den Ecken besonders gut aufgenommen werden kann. Außerdem wurde der eingesetzten Bodenwalze ein besonders großer Durchmesser verpasst, sodass sich Haare weniger gut daran festhalten können. Und auch der Zubehörwechsel erfolgt bei der Bosch Unlimited 7 Pro Hygienik-Serie äußerst komfortabel. Auf dieses Modell dürfen wir also auf jeden Fall gespannt sein. Wir bedanken uns bei euch fürs Zusehen, laden euch gerne dazu ein, unseren Kanal zu abonnieren und haben euch hier auch noch ein paar wertere Videos von der IFA 2022 verlinkt.